jetzt kommt die vorbereitung aufschluss dem haben wir alle so welche kameras werden hier und was wird hier beobachtet welche menschen mit formlichen häusern jetzt haben wir hier haforza kodo jetzt haben wir hier eine einladung von oben die einladung sehe ich bin auch schon dabei ich habe nur gerade die bilder von der überwachungskameras angeguckt hat so anfangs war natürlich nicht unbewaffnet hast du echt nur aber kann sagen zwei teams noch schön dass einer alleine die mal so die date sind da geht noch zum leichten schaus zu 2 und seine schrauber zurück da würde ich fast mit baby in das leichten schaus gehen und markus du fliegst dann wieder von mir und wenn du was sagst bin ich mal bereit bist breit aber nicht sein die täter ich hoffe dass wir immer bestimmt zwei eigentlich müsste ich darüber die sanitäter gehen ja ja richtig genau dann passt das nämlich so von der richtung ja sexy für das outfit let's go scotty beam uns nach oben wir sind auf der größten bühne ahaha oh gott du sollst auch keine bühne bauen so gut dann let's go da ist genau wir haben wir fahren kranken morgen macht glaube ich am meisten sind gerade um krank zu kommen so stehen hier vier autos ja ich kann von den riko steht das auto damit da drin der ist wie drei kommen und er ist wie der gepanzert der cd aber das ist ein aber gut ich glaube auch der meiste sind gerade und kann man sich hinzukommen hat es passiert ach so ich würde mich gerade wir wollen wir haben so ein bildschirm ist es passiert irgendwas ist nicht richtig ich habe gar nicht angeklickt alles gut macht so ein bisschen bisschen einfacher vielleicht habe ich doch eigentlich geklickt und ich weiß es nicht es kann auch sein alles also war von weg stecken gut wir müssen da dahin hier oder was sieht so aus ganz genüsslich laufen keine leute wir haben noch eine stunde 15 ich denke so zwei drei zwei drei missionen ja ja letzter quatsch ich werde ich immer die katzen rein quatschen wir sind seine gespräche habe ich habe ja der titel an für den fall dass hier waren wir ja mal in der story mit michael du musst du müsstest das haben mit der hinteren leichte ja ich habe nichts gefunden wer gibt sich im büro also den stick haben wir nicht gefunden die leichten ja wie gesagt einfach nur entspannt hier hier laufen wir entspannt sich die gegend ich das hatte schwer sehr sehr gut an achso du musst da hinten doch dann schauen wir es doch der richtige das richtige treffen was gewesen zu sein du bist ja hoch so siehst du hast du noch nicht in dem gebäude wie gesagt in der story auf dem feind ab moment vorsichtig die frage ist müssen wir das war nicht die gute idee das war natürlich die ganze kopf sehr gut ich weiß nicht ob das recht so clever war die jetzt anzugreifen ja der letzte karte hat ihr seid aufgeflogen ja weil die sanin niedergeschossen hat kann man hier runter springen aus dem fenster frage ist aber jetzt runter schießen müssen was also es ich habe jetzt wieder schrot ist vielleicht auch die kurze zeit einfacher bleibst du liegen mein freund ja natürlich sind wir hier oben gefahren wir haben jetzt die rausarbeiten hier beim gegner hier und meine gegner ja da lebt immer noch einmal richtig okay die wissen schon dass wir kommen bei euch ist ein helikopter nur seit info ja zwei polizei helikopter halt abzuholen hier oder so na ja ich muss erst mal die gegner weg schießen abzuholen hier wir haben es ja hier relativ ruhe was das betrifft ja so sammeln euch im service noch mal wieder den am hedi wie gesagt bist du ja dran muss ich mir dann holen hier hinten okay aha so ich rufe alles da und vielleicht haben wir glück dass wir die kopfschluss werden natürlich nicht da kommt nochmal nachschub an den kopf mann beim letzten gegner alter verliegen team leben mann dann ist mein freund so 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 ich hole euch jetzt ab kommt ihr klar ja hier die weg Bist du das gerade mit den Hedis? Ja. Okay. Wo muss ich euch denn abholen? Wo ist der sicherer? Wo ist der sicherer? Ist vielleicht gegenüber die Straße oder so? Da ist ein Parkplatz. Ich lande mal hier an der Kreuzung, ja. Ja, wir gucken, dass wir dann frei hinkommen. Zu dir. Wir haben momentan noch echt gerade Nachschubverkopf zu haben. Oder warte ich. Hier schien zu viele Kops rum. Warum die sind raus? Wir stehen vor unten am Hauptangang schon. Du bist gerade, wo du reingeflogen bist, über uns weggeflogen. Ja. Ich will nur eine Straße finden, wo nicht so viele Kops rumstehen. Hast du auch Stern oder was? Ja. Okay. Weil wie gesagt, gegenüber wäre ein Parkplatz. Aber da kommen jetzt gerade ordentlich massiv an Leuten nach. Wir müssen da aber auch mal rauskommen, sonst bringt das nicht. Wir sind ja draußen. Wir sind vor der Tür. Wir schließen hier. Wir haben uns hier jetzt hinter am Hauptangang versteckt. Ja, wir sind hier in einem Gebäude. Jetzt landen wir schnell. Jetzt haben wir gerade ein bisschen Luft. Da kommt noch ein Auto hinten rein. Da sind die Rotorenblätter jetzt los. Gegenüber, gegenüber vielleicht. Auf dem Donutladen oder was das ist. Hallo? Ich sehe nicht, wo du... Ah, da hinten landest du. Okay. Da drin. Oh, warte, 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 warte. Ich bin drin. Wer seid ihr drin? Ja, Babys, geht doch auch ein Abflug. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und die Kopf ist lustig, wer sollte eigentlich kein Problem sein. Nein, da haben wir noch hinter uns einen Heli. Ja, aber nur eine Polizei-Helie, da kann nicht viel machen. Da hat keine Raketen und nichts. Ja, klar. Das ist halt das Gute. Aber gut gemacht, auf jeden Fall. Ganz schnell runter, schnell zugegriffen, zwei reingestiegen und dann ab. Direkt. Ja, sorry, ich konnte nicht erkennen, dass ihr das seitgleich war. Ja, blau an, genau wie die Polizei-Helie, ich dachte. Nein, 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 alles ist gut. Alles ist wirklich gut. Es hat alles wunderbar funktioniert. Das war wirklich ganz, ganz schnell gemacht. Einfach kurz die Lücke abgewartet, bis es vor der nächste Nachschub kam. Und dann weg. Also, dass ihr wieder gestartet habt, mit der gedacht hat, dass die sind Polizisten, ne? Ja, gut, wer hat auch die grüne Uniform anziehen können, aber ist egal, alles ist gut. Ob es müsste echt gleich weg sein? Naja, klar müssen die jetzt weg sein. Weil alles, was jetzt hier an den Fahrzeugen kommt, ist eh eh unwichtig. Jetzt zum Zweck. Zumindest habe ich keine Sterne mehr. Okay. Ich dachte, das wäre die Basis, aber es ist doch schon hier unten irgendwo. Warte mal. Ja, stimmt, da hinten ist die. Da, wo der Punkt ist. Ich habe das schon gesehen, Captain. Okay, okay. Okay. Jetzt müssen wir gucken, wenn ich das Ding auch da sicher runterkriege. Okay. 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 Sehr gut. Sehr, sehr gut. Und jetzt bringt es auch Geld. Oh ja, 19.000, ja. Level 283. Hoi. Oh ja, 19.000, ja. Sehr gut. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja.